Schorsch, ich habe einen Riesenhunger. Was sollen wir denn heute alles einkaufen? Peppa, lass uns heute Frikadellen machen. Gute Idee! Peppa, die Frikadellen sind hier. Ich komme, Schorsch. Mh, die sehen aber gut aus. Jee, Peppa, lass uns auch O-Saft einkaufen. Schorsch, das Brot dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt ab zur Kasse. Guck, 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 Guck. Ein O-Saft. Ein Brot. Und vier Frikadellen. Guck, 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 Guck. Das macht 25 Moneten, bitte. Guck, 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 Guck. Hier, bitteschön. Danke schön. Guck, 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 Guck. Tschüss. Guck, 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 Guck. Ui, Schorsch, lass uns gleich mit dem Kochen anfangen. Ich habe einen riesen Hunger. Zuerst muss der O-Saft in den Kühlschrank. Und ich brate gleich mal die Frikadellen an. Und jetzt den Herd anmachen. Hi, der Herd ist kaputt. Was ist denn, Peppa? Schorsch, der Herd ist kaputt. Wie kaputt? Ich weiß auch nicht. Er funktioniert nicht. Und was jetzt? Ich habe doch so großen Hunger. Mach dir keine Sorgen, Schorsch. Wir rufen einfach in der Reparaturwerkstatt an. Hallo? Hier ist Peppa. Ja, unser Herd ist kaputt. Können Sie bitte jemanden vorbeischicken? Prima. Danke schön. Prima. Dann kommen wir heute wohl doch noch zu unseren Frikadellen. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Ihr habt den Reparaturservice angerufen? Hä? Oh, hallo, Nicole. Kannst du etwa unseren Herd reparieren? Peppa, ich kann so gut wie alles reparieren. Jetzt werfe ich mal einen genaueren Blick auf den Herd. Hm, diese Herdplatte funktioniert nicht. Diese hier auch nicht. Hm, also der Herd ist ja auch wirklich sehr schmutzig. Vermutlich ist hier die Gaszufuhr verstopft. Das müssen wir sauber machen. Mal sehen, ob es in meiner Werkzeugkiste was hat, mit dem ich den Herd sauber bekomme. Ah, Zahnstocher. Zahnstocher. Damit kann ich den groben Dreck entfernen. Also Peppa, wenn ihr in Zukunft kocht, müsst ihr den Herd nach jedem Kochen wieder sauber machen. Hm, bist du fertig, Nicole? Können wir endlich kochen? Wir haben so einen Hunger. Es dauert nicht mehr lange, Peppa. Ah, ich habe meine Bürste gesucht. Mit meiner Bürste komme ich auch in die kleinsten Rillen. Und jetzt wischen wir den Herd noch mit einem feuchten Tuch ab. So, Peppa. Jetzt können wir schauen, ob der Herd wieder funktioniert. Wir drücken erst mal auf diesen Knopf. Ah, super. Und jetzt die andere Herdplatte. Prima. Ah, am Backofen habt ihr auch. Wenn ich schon mal da bin, kontrolliere ich den auch gleich mal. Prima. Der Backofen funktioniert auch. Jetzt packe ich wieder alles ein. Und mache mich auf den Weg zu meinem nächsten Kunden. Tschüss, Schorsch. Tschüss, Peppa. Und lasst es euch schmecken. Dankeschön, Nicole. Los, Peppa. Jetzt lass uns endlich kochen. Ich fliege gleich in Ohnmacht. So hungrig bin ich. Mh, das riecht jetzt aber schon gut. Peppa, ich schenke uns schon mal Ohrsaft ein. Prima, Schorsch. Die Frikadellen sind nämlich auch schon fertig. Mh, Peppa. Die sind aber lecker geworden. Das finde ich auch, Schorsch. Frau Henne hat die besten Frikadellen. Hallo, Freunde. Schaut mal, wie viele Spielzeugautos ich habe. Und hier habe ich einen großen Autotransporter. Alle kleinen Spielzeugautos kommen jetzt hier drauf. Schaut mal. Auf diesen Lagen haben viele Spielzeugautos Platz. Und ich zeige euch noch was. Hier unter der Kabine können auch zwei Autos parken. Auf die oberste Plattform kommen gelbe Autos. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und jetzt sind die lilafarbenen Autos an der Reihe. So, als nächstes kommen die grünen Autos. Davon habe ich ganz schön viel. Sollen wir sie mal zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Und jetzt schauen wir mal, ob die grünen Autos alle in eine Reihe passen. Hier habe ich vier orangefarbene Autos. Die kommen auf die grünen Autos. Die kommen auf die graue Plattform. Und die kommen neben die orangefarbenen. Das ist das Auto von Superman. Das kommt unter die Kabine. So, und das weiße Auto des Stormtroopers kommt auf die Kabine. Seht ihr? Seht ihr, wie groß dieser Autotransporter ist? Es hat sogar noch Platz für andere Autos. Ich kann ja mal nachschauen, ob es in meiner Spielzeugkiste noch andere Spielzeugautos hat. Los, kommt mit! Shepard, Schorsch, wie sieht es denn hier aus? Hihi, Nicole. Wir räumen deine Spielzeugkiste auf. Mal sehen, was es hier müssen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr hier aufräumt oder noch für Unordnung sorgt. Was haben wir hier denn alles? Aha, das ist der Fahrer des Gabelstaplers, Peppa. Sausia! Mal sehen, was es noch hat. Oh, ich habe einen Lastwagen gefunden. Dieser Kipplaster kann in seinem Ladekasten auch Blöcke transportieren. Ich suche einen Block, ich suche einen Block. Sausia! He he! Mal sehen, ob wir noch was finden. Entschuldigung, Peppa. Ja, ich habe noch ein Hot Wheels Auto gefunden. Unser Hot Wheels Auto kommt jetzt auch auf den Autotransporter. Und zwar hier hin. Schaut mal, was ich gefunden habe. Einen Zug. Gut gemacht, Peppa. Den Zug stellen wir jetzt auf die Schienen. Mal sehen, ob es in der Kiste noch mehr Spielzeugautos hat. Ja, das ist der Waschbär. Oh, und hier habe ich noch ein rotes Auto. Ich denke, wir können den Waschbär neben das Auto des Stormtroopers tun. Ja, das passt. Und der rote Rennwagen kommt hier hin. Schau mal, Nicole. Ich habe einen Traktor gefunden. Sausia! Oh, der hat ja sogar einen Anhänger. Der Traktor holt hier eine Ladung ab. Nicole, warum fahren denn die Waggons nicht? Hm, Peppa, Waggons können nur dann fahren, wenn eine Lokomotive sie zieht. Ich schaue mal nach, ob ich hier eine Lokomotive finde. Ha, na also. Hier, Peppa. Mach die Lokomotive an die Waggons. Ja, prima. Und los geht's. Hihi, jetzt fährt der Zug gleich durch den Tunnel. Haha. So, wir sind gleich mit dem Aufräumen fertig. Das war's. So. Alle Autos sind auf dem Autotransporter. Jetzt sind sie schön aufgeräumt. Ja, Spielzeug aufräumen kann auch Spaß machen. Ich hoffe, ihr haltet in eurem Kinderzimmer auch Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hab corps just complained. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye-bye. Vielen Dank.